Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinschaft, YouTube, GetMates. Bin echt etwas durch den Wind, schlecht geschlafen, voll fertig, aber 8 Uhr früh, Sonntag, tja, nichts mit ausschlafen, warum auch immer. Geh gerade in GetMates und hab irgendwie, warum auch immer, 12.000 Euro mehr drin im Account. Tja, dann kaufen wir einfach mal ein paar Token. Wie ist es denn bei euch? Auch etwas mehr geworden über Nacht. Etwas lustig. Ich find's lustig. Kaufe mal ein paar Token. Also, bis gleich. So, da ist mein Account. Da gehen wir jetzt mal rein und ich zeige euch mal diesen Schock. Ja, nehmen wir es mal positiven Schock. Lock mich ein und dann ist es bei euch wahrscheinlich genauso. Also, liebe Liebenden, ich hatte hier gestern noch 0 und hier, glaube ich, 9.000. Ja, ist jetzt auf einmal ein bisschen mehr geworden. Wie ist es denn bei euch? Postet's mal unten, schreibt mir ein bisschen. Ich find's krass, meine Stimme ist noch nie mal da, noch nicht mal richtig wach, weil 8 Uhr morgens am Sonntag ist so wirklich nicht meine Uhrzeit. Ich denk mal so meistens vor 10 oder 12 bin ich nicht wach. Wenn auch immer. Nicht schlafen können. Draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern. Ist aber auch was Schönes. So, ich hab hier 250 Token, die mir noch fehlen auf die 1.000. Die mach ich jetzt. Dann sind hier die 12.000 mal weg. Hier noch ein paar zerquetschte. Aber ich muss auch sagen, Leute, das ist natürlich geil, wenn es da drin ist. Aber seien wir doch mal ehrlich. Das da und das da wäre doch viel geiler auf einem normalen Konto. In diesem Sinne, machen wir das doch mal. Kaufen wir jetzt mal hier 250 Stück. Ja, coole Sache. Wer meine Videos kennt, ich kopiere mir hier den Link raus. Einen von denen, Deutsch, Englisch, wie auch immer. In dem Fall mach ich Deutsch. Gehe jetzt hier oben auf Token kaufen. Zack. So, meine Stimme kommt auch langsam mal wieder. Entschuldigung, Entschuldigung. Bin ja noch total Banane. So, 250 wären 12.500. Dann ist die rechte Seite mal weg. Zack. Gehen wir mal auf Kaufen. Auf Kaufen. Auf Kaufen. Und, und, und. Congratulations, you have 22 Token. Fühlt sich cool an. Der wird, schauen wir mal. Jetzt meine Token noch aktivieren. Ja, da sind jetzt so einige drin hier. Alles blau. Machen wir doch mal nackt. Ist echt. Also, könnte mich echt schlapp lachen. Alles sehr witzig. Zack. Link eingeführt. Hier nehme ich eine Kategorie. Nennen wir es mal Internet Marketing. Ich habe ein Deutsch-Link genommen. 250 aktivieren. 50.000 Klicks. Naja, auch nicht schlecht. Validate. Bestätigung. Ich habe eigentlich immer alles auf Englisch in meinen Accounts. Ich finde es irgendwie geiler. wie diese deutschen Übersetzungen meistens. So, jetzt gehen wir mal auf Dashboard. Tata. Ich habe hier so ein Sternchen gekriegt mit 1000 Token. Ja, soll ich jetzt ein Champagner öffnen? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich hier mal 0. Hier sind immer noch 22.000 drin. Und, ähm, bei meiner Bank. Ich sage euch, das ist doch viel schöner, wenn das Ganze hier auf meinem Konto wäre. So. Ein paar Sachen. Waren auf meinem Konto. Ja, waren. Schon ausgegeben. Ein paar Sachen sind nicht auf meinem Konto. Und, ja, ist doch natürlich, wäre es jetzt perfetto, würde ich sagen. Hier die 22.000 auf meinem Mercury-Konto. Aber, ähm, hier habe ich Pending, Pending. Das heißt, ähm, kann ich jetzt nichts eingeben. Machen wir mal. Machen wir mal hier 20.000. Und dann gehe ich mal hier Request. Und, ja, man kann nur alle 14 Tage. Ich denke mal, man müsste das hier canceln und dann die 20.000 reintun. Was halt nicht geht, weil die ja oft 1.000 maximiert sind. Also, ja, gucken wir mal, was passiert. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seid noch im Bett. Genießt den Sonntag. Ähm, seid etwas geschockt, was hier drauf ist. Dieses Video geht jetzt online. Und dann könnt ihr ein bisschen diskutieren und feiern und was auch immer. Ich finde es lustig. Hier, 1.000 Token. Was man jetzt probieren kann, ich kaufe mal ein Token nach. Das wäre doch mal lustig bei 1.000. Was dann passiert? Hier steht 1. Oh, man kann hier nichts mehr drücken. Okay, dann hat es sich erledigt. Ich bin auf den 1.000 mit den plötzlichen 12.000 über Nacht. Warum auch immer. Also, hier steht irgendwas von Premium Partner Available bei 1.000 Token. Ich drücke da mal drauf. Passiert nichts. Trotzdem, obwohl ich jetzt 1.000 habe. Wahrscheinlich ist das über Nacht wieder weg. Die 250, die ich gekauft habe. Wie auch immer. Ich finde es witzig. Macht es gut. Wenn ihr Bock habt auf meinen Kanal, bitte, bitte. Oder wenn ihr wollt, macht es unten ein Abo rein. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Euer Robert. Servus, nicht ausloggen vergessen. Immer wieder das Gleiche. Also, macht es gut. Ciao.